Und herzlich willkommen zu einem weiteren Installationsvideo auf meinem Kanal. Ja, das ist der 20.000er Versuch, aber gut, wir machen mit dem Technik-Launcher, haben wir im letzten Video gemacht. Ja, das Video ist vermutlich in der Beschreibung oder am Ende des Videos verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Heute dreht sich alles um den Curse-Launcher. Ja, der Curse-Launcher ist gerade gut für Leute, die selbst einen Modpack installieren wollen. Ist das wirklich zu empfehlen, weil es kinderleicht ist und ja, anders als andere anderen und ihr müsst nicht extra Forge installieren, dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, wir holen wir uns Curse erstens mal. Anders als Technik-Launcher ist Curse eine reine Installationsdatei. Dazu gehen wir einfach auf curse.com, die geht jetzt einfach mal auf die Hauptseite hier. Wir könnten es hier schon herunterladen. Allerdings, wenn wir hier oben auf Spiele, Minecraft Download gehen, äh, beziehungsweise Spiele, Minecraft, können wir auch auf herunterladen. Und vielleicht sieht man es unten im Video noch. Wir haben ein Minecraft-Plugin mit installiert. Manchmal wichtig, manchmal nicht. In anderen Versionen ging Minecraft zu starten, nur mit diesem Plugin. Ich glaube, dass das immer noch so ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall zieht das herunter, installiert das. Und dann haben wir auf jeden Fall alles Sichere abgecheckt. Ja, hier, die Seite ist nicht ganz so groß. Curse an sich bietet für viele, viele Spiele etwas. Also Counter-Strike, League of Legends, Minecraft, Overwatch, Smite, World of Warcraft, World of Warships. Ja, mal ein paar Spiele, die die promoten, sag ich mit einfach mal. Und da ist es abgestürzt. Okay. Okay. Tschüss Launcher. Geh weg. Und geh da weg. Gut. Ähm, weiter. Wenn wir Curse installiert haben, können wir es einfach mal ausführen. Ich habe es natürlich schon gemacht. Dort benötigt ihr ein Pass, ein Passwort, also Zugangsdaten. Diese sind diesmal nicht euer Minecraft. Also ihr benötigt einen extra Curse-Account. Es schadet nicht. Also es ist wirklich die sichere Seite. Ihr müsst einfach mit euch mit der E-Mail andere melden und habt einen Curse-Account. Man kann es BIM-Mail verwenden, würde ich aber nicht empfehlen. So, ähm, ja, wenn wir das haben, können wir starten. Die melden uns dann dort an, landen hier oben auf dieser schönen Startseite. Ähm, ja, Curse an sich ist wirklich, ja, sie versuchen so Discord und Skype so ein bisschen, also Skype offiziell, ein bisschen den Rang abzusprechen. Deswegen kann man hier auch Voice-Chats und sowas, alles Mögliche verwenden. Muss man wissen, ob man das möchte oder nicht. Hier ist das Ganze mal ein bisschen lang, so. Auch hübsch die Kacheloptik, die nicht ganz programmiertechnisch in Ordnung ist, aber gut. Ähm, ja, wie installieren wir jetzt ein Mod-Pack? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir können hier unten auf den Minecraft-Reiter gehen. Das ist hier so ein hübscher Creeper-Kopf. Und normalerweise, ignoriert mal die Zahl hier, ist hier gar nichts. Also hier ist einfach nur schwarz. Und ihr müsst erstmal ein Mod-Pack installieren. Gehen wir zuerst mal zu den Einstellungen. Die sind wichtig. Die findet ihr hier unten auf das hübsche Zahnrad. Kommt dann hier oben bei Allgemeines. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus. Ja, ihr habt beim Stil, wenn ihr hier so ein bisschen runter scrollt, habt ihr dieses helle Layout. Ich finde das persönlich, ja, nicht so schick. Ich mag das nicht. Deswegen das Dunkle. Dann haben wir das auch. So. Ihr könnt hier natürlich noch zig andere Sachen einstellen. Aber was für uns wichtig ist, ist hier dieser Minecraft-Reiter. Da klicken wir drauf. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Einstellungen. Ja, hier oben können wir erstmal den Installationspfad zu den Mods ändern. Ich habe das selbst geändert. Habe hier einen Null-Calls gemacht, damit der schön oben in der Liste ist. Denn der speichert das Ganze im App-Data-Ordner. Und ja, mein richtiger Name ist Sascha. Schön. Ja, hier keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe das einfach mal auf Beta gestehen lassen. Und dann habt ihr hier noch ein paar andere Einstellungen. Das Ganze läuft hinterher über den offiziellen Minecraft-Launcher. Was natürlich seine Vorteile mit sich bringt. Gerade was Lasten für CPU und sowas angeht. Dann kommen wir hier zur Java-Einstellung. Das hatten wir in dem alten schon. Wie gesagt, installiert Java 64-Bit. Wenn ihr ein 64-Bit-System habt, kann ich gar nicht oft genug sagen. Hier die Auflösung. Und hier unten den Rahmen nicht erschrecken. Den habe ich auf 1 GB gestellt, um zu testen, und ob mein neuestes Smart-Pack mit 1 GB gut funktioniert. Tut es bisher. Ja, hier könnt ihr einstellen, wie viele Backups gemacht werden von euren Profilen. Noch Java-Einstellungen. Auf jeden Fall hier ist wichtig. Hier könnt ihr den RAM einstellen. Hier seht ihr auch schöne Abteilungen, wie ihr das empfehlen soll. Also 2 GB, wenn optional immer empfohlen. Ist halt besser als 1 GB, ne? Dann geht es bis 6 GB, wenn empfohlen. Und alles andere darüber ist eigentlich komplette Verschwendung. Außer ihr habt diese wirklich super Full-HD. 512er-Packs mit Custom-Models und was weiß ich nicht alles. Also wirklich brauchen tut man das nicht. Gut. Das haben wir. Wie installiere ich denn jetzt einen Mod-Pack? Ihr habt euch im Titel vielleicht gewundert, denn Feed the Beast-Mod-Packs könnt ihr hier auch problemlos installieren. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, hier können wir alle Mod-Packs durchsuchen. Das bedeutet, glaube ich, dass die Curse-Mod-Packs nur gemeint sind. Ich glaube, die Feed the Beast-Mod-Packs werden nicht benutzt hier oben. Wir können einfach draufklicken. Und, ähm, was? Der immer mit seinem... Ach, nee. Äh, ja. Noch beim letzten Video schon. Ähm. Ja, dann habt ihr hier alle möglichen Mod-Packs. Die man halt so kennt. Hier oben könnt ihr auch in der Suche was eingeben. Dann könnt ihr hier unten einfach auf installieren klicken und schon habt ihr das Mod-Pack installiert. Also das ist... Einfacher geht's, glaube ich, nicht. Und ihr findet wirklich alle hier. Deswegen, wenn wir jetzt auch mal hier Panda eingeben, sehen wir hier oben, das ist sogar meins. Oh. Und dann sind da noch ein paar andere Panda-Mods. Zumindest irgendwie Panda mit drin vorkommt im Namen. Ist ja auch egal. Gut. So installiert ihr auf jeden Fall meine Mods in dem Chisel-Time. Also ihr müsst dann oft immer nur den Namen eingeben. Das ist das Mod-Pack, wo mit der neue Server laufen wird. Der Name und sowas. Icon ändert sich bestimmt noch. Ja, dann haben wir den Button doch mal für Forge. Für Feed-the-Beast-Mods. Mod-Packs. Ja, das sieht ein kleines bisschen anders aus. Ist aber im Grunde dasselbe. Von daher... Spaß. Ein eigenes Mod-Pack können wir natürlich auch erstellen. Dafür machen wir hier benutzerdefinites Profil erstellen. Dann gebt ihr hier einfach irgendeinen Namen ein, wie Super-Duper-Mega-Mod-Pack. Dann habt ihr das. Wählt hier eine Minecraft-Version aus. Die Respekt chronologisch sogar komplett richtig ist. Denn eigentlich kommt es, wenn man normal sortiert, kommt 1.0, 1.1, 1.10, 1.1 und sowas. Finde ich gut, dass sie das hinbekommen haben. Anders als der Technik-Launcher. Auf jeden Fall wählt ihr hier eure Minecraft-Version. Wichtig ist, diese Minecraft-Version ist für das gesamte Mod-Pack. Also ihr könnt das nicht im Nachhinein ändern. Die Forge-Version schon. Würde ich auch immer die oberste halt einfach nehmen. Ja, wir machen jetzt einfach mal 1.7. Wir machen hier mal ein 1.11.2 mit dem aktuellen Forge. Klicken auf OK. Und dann wird das Ganze schon auf dem Rechner installiert. Ihr seht das hier kurz. Und schwupps, schwupps, fertig. Ihr könnt jetzt theoretisch noch das Icon und alles mögliche ändern. Also über die Einstellungen. Aber wir klicken jetzt einfach mal drauf. Nicht auf das Spiel, sondern auf das Icon selbst. Dann sehen wir, okay, hier ist gar nichts. Aber wir haben hier immer so hübsche Button. Jetzt steht da Mod hinzufügen. Klicken wir nochmal drauf. Und wir kommen auf die Curse-Seite. Ja. Ihr könnt jetzt jeden einzelnen Curse-Mod mit einem Klick installieren. Also ihr könnt auch draufgehen. Hier Journey Map. Wenn ihr euch denkt, okay, die neue Version will ich nicht. Ich will eine spezielle. Geht hier drauf. Klickt auf Version. Könnt ihr euch eine Version aussuchen. Dann nehme ich doch einfach mal eine vorherige, um euch vielleicht noch was anderes zu zeigen. Hier oben könnt ihr immer wieder auf Zurück. Dann denke ich mir, okay, was wollen wir noch? Hier Inventory-Treeks. Klickt hier einfach auf das Installieren. Fertig. Guckt weiter. Was wollen wir denn noch? Random-Things. Installieren. Und so könnt ihr alles mögliche installieren. Und euer Mod-Pack ist eigentlich fertig. Also ihr habt jetzt ein Mod-Pack. Schön, ne? Also ich glaube, einfacher geht es wirklich nicht. Wenn ein Mod geupdatet wurde, seht ihr hier hinten so ein schönes Download-Knöpfchen. Da könnt ihr einmal draufklicken. Dann nehmt ihr automatisch die aktuelle Version. Seid dabei natürlich ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja, oft wird in einer Version irgendwas geändert, was mit alten Versionen nicht mehr kompatibel ist. Informiert euch da ein bisschen. Dann passiert nichts. Wir können natürlich auch Ressource-Packs genauso einfach installieren. Hier das offizielle hier. Stateful wird auch immer gerne verwendet, installiert. Maps könnt ihr auch installieren. Hier gibt es verschiedene. Müsst ihr aufpassen, ob es für ein Mod-Pack ist oder Vanilla. Oder steht meistens dann in den Texten auch dabei. Also hier würde ich nicht einfach sinnlos auf Installieren gehen, sondern halt wirklich draufklicken. Und mal ein bisschen nachlesen, was das überhaupt alles ist. Ja, und so installiert man simpel ein Mod-Pack. Das Ganze könnt ihr dann starten. Hier oben auf Spielen. Dann öffnet sich der aktuelle Forge, äh, der aktuelle Minecraft-Launcher. Der neue, bzw. ja, aktuelle halt immer. Immer der, wie soll ich sagen, Vanilla-Launcher. Und alles ist dort installiert, inklusive Forge. Ist natürlich sehr simpel und gut zu halten. Äh, wenn ihr Mod-Packs installiert, müsst ihr beachten. Hier, das ist die Mod-Pack-Installation. Ihr könnt dort keine weiteren Mods installieren. Ach ne, doch, doch könnt ihr. Ne, ne, könnt ihr nicht. Äh, ihr könnt keine weiteren Mods installieren. Das ist natürlich gut so. Ähm, ja. Man kann sich sehr schnell so ein Mod-Pack zerschießen. Gerade die größeren. Deswegen finde ich die Regelung ganz gut. Ihr könnt aber natürlich in den Ordner gehen und das selbst noch etwas einfügen. Dann wird das hier auch erkannt. Das ist kein Problem. Äh, Ressource-Packs könnt ihr natürlich, wenn ihr hier oben auf Inhalte hinzufügt, euch ein Ressource-Pack suchen und das installieren. Das gehört natürlich dazu. Ne, Map glaube ich auch. Ja, Map und Ressource-Pack funktionieren. Hier oben seht ihr es auch. Mods nicht. Das ist als einziges wichtig. Deswegen habe ich auch für meinen Mod-Pack zwei Versionen. Die Ersteller-Version. Wo ich halt noch editieren kann. Und hier nicht. Joach, das war es dann auch zu dem Curse-Frencher. Das war ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bleibt immer schön Bambus. Euer Paragon. Und Tschüss. Euer Paragon. Das war es dann. Ich hoffe. Untertitelung des ZDF, 2020